Hallo, willkommen bei Deutsch, Info und Training. Heute habe ich ein Quiz für dich. Die Frage lautet, wohin reise ich? Ich werde nämlich bald meiner schönen Heimatstadt Wien für ein paar Tage den Rücken kehren, weil ich schon in naher Zukunft wieder einmal meine Wahlheimat besuchen werde. Dafür gebe ich dir ein paar Hinweise, damit du herausfinden kannst, wohin meine Reise geht. Dabei werde ich natürlich Wörter und Redewendungen mit dir besprechen, damit du diese gleich praktisch für dein Sprechen benutzen kannst. Apropos Sprechen. Wenn du dein Sprechen intensiv trainieren möchtest, dann melde dich doch einfach für meinen Online-Sprechtrainingkurs an. Da trainieren wir in kleinen Gruppen online acht Wochen lang, dreimal pro Woche intensiv deine Sprechfertigkeiten. Den Link dazu findest du im Kommentar unter diesem Video. Und jetzt lass uns beginnen. Kannst du herausfinden, wohin ich reisen werde? Sehen wir uns zuerst einmal die Wörter an, die ich schon benutzt habe. Zum Beispiel den Rücken kehren. Das bedeutet weggehen, verlassen etwas oder jemanden. Das muss nicht für lange Zeit sein. Ich werde Wien ja auch nicht für lange Zeit verlassen. Ich komme ja bald wieder zurück. In naher Zukunft bedeutet bald demnächst. Es dauert nicht mehr lange. Die Wahlheimat. Das ist ein Platz, der mir sehr gut gefällt, den ich auch schon ziemlich gut kenne und an dem ich mich sehr wohl fühle. Also die Heimat, die ich selbst für mich gewählt habe. Ein Hinweis ist ein Tipp. Ich gebe dir einen Tipp, einen Hinweis, um dir zu helfen, etwas herauszufinden. Jetzt kommen meine Hinweise für dich, meine Tipps, also die Informationen über mein Reiseziel, damit du herausfinden kannst, wohin ich fahren werde. Wie weit ist der Ort, an den ich reisen werde, von Wien entfernt? Das sind circa 3500 Kilometer Luftlinie. Was bedeutet das Wort Luftlinie? Ich stelle mir vor, ich ziehe eine Linie in der Luft von Wien direkt an den Ort, an den ich reise. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Flugzeug geradeaus fliegen würde. Nicht mit dem Zug oder mit der Bahn auf dem Land, sondern in der Luft. Und das sind circa 3500 Kilometer. Was bedeutet circa, ungefähr, in etwa? Es ist nicht 100% genau, aber so ungefähr. Wie lange beträgt die Flugzeit von Wien an mein Reiseziel? Das sind circa oder ungefähr 5 Stunden. Ich werde also in etwa 5 Stunden im Flugzeug verbringen, bis ich in meiner Wahlheimat angekommen bin. Übrigens habe ich noch eine interessante Information für dich. Denn eigentlich bleibe ich in Europa, wenn ich an diesen Ort reise, aber ich bin gleichzeitig auch auf einem anderen Kontinent. Also einerseits bleibe ich in Europa, andererseits verlasse ich aber Europa. Wie kann das sein? Welche Sprache sprechen die Menschen an diesem Ort, an den ich reisen werde? Sie können Deutsch und Englisch oft gut verstehen und auch sprechen, viele von ihnen, aber ihre Muttersprache ist nicht Deutsch. Auch nicht Englisch. Ihre Muttersprache ist eine romanische Sprache. Welche verrate ich dir natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Also sie sprechen eine romanische Sprache. Was essen die Menschen dort gerne? Sehr typisch für diese Region sind kleine Kartoffeln, die man mit der Schale kocht und isst. Sie werden also nicht geschält, sondern mit der Schale mit viel Salz gekocht und so serviert. Und dazu isst man eine Soße. Entweder eine grüne oder eine rote Soße. Die rote Soße ist schärfer als die grüne Soße, aber beide sind sehr lecker. An diesem Ort gibt es auch typische kleine Bananen. Es gibt viel Fisch und Meeresfrüchte. Und es gibt einen Rum, der direkt an diesem Platz destilliert wird. Destillieren sagen wir für den Prozess, wenn wir Rum erzeugen, Rum produzieren. Der Rum ist auch sehr lecker. Auf diesem Platz kann ich sowohl am Strand und am Meer sein und entspannen, als auch in den Bergen wandern gehen oder die Kultur in der Stadt genießen. Die Hauptstadt von diesem Ort hat eine tolle Besonderheit. Hier gibt es nämlich zwei Stadtstrände. Einen im Osten und einen im Westen. Ein Stadtstrand ist ein Strand, den ich direkt von der Stadt, vom Stadtzentrum aus erreichen kann, zu Fuß. In ein paar Minuten bin ich vom Zentrum entweder auf dem Strand im Osten oder auf dem Strand im Westen. Es gibt also hier zwei Stadtstrände. Das sieht man nicht oft. Im letzten Hinweis verrate ich dir jetzt, dass es sich bei diesem Ort, an dem ich fahren werde, um eine Insel handelt. Und diese Insel ist Teil einer Inselgruppe. Im Norden der Insel finden wir die Hauptstadt. Im Süden der Insel ein Touristenzentrum. Hier kommen viele Touristen aus deutschsprachigen Ländern, aus englischsprachigen Ländern, auch aus Skandinavien, um hier zum Beispiel einen Badeurlaub zu verbringen. Viele Leute überwintern auch auf dieser Insel oder wandern hierher aus, weil das Klima das ganze Jahr wirklich angenehm ist. Diese Insel, die nicht sehr groß ist, hat 14 verschiedene Klimazonen. Wir nennen sie oft auch einen Miniatur-Kontinent. Und, hast du schon eine Idee, um welche Insel es sich handelt? Ich fasse jetzt noch einmal kurz alle Tipps für dich zusammen. Was wissen wir also über meine Wahlheimat, für die ich meiner schönen Heimatstadt Wien in naher Zukunft für ein paar Tage den Rücken kehren werde? Wir wissen, dass es eine Insel ist, dass diese Insel Teil einer Inselgruppe ist und, dass sich diese Inselgruppe eigentlich in Europa befindet, eigentlich aber auch nicht. Wir wissen, dass man hier gern kleine Kartoffeln mit Schale isst, dazu eine grüne oder eine rote Soße. Es gibt kleine Bananen und es gibt guten Rum. Die Muttersprache der Menschen, die hier leben, ist eine romanische Sprache. Viele von ihnen sprechen aber auch ganz gut Deutsch und Englisch, weil es hier viele Touristen aus deutschsprachigen und aus englischsprachigen Ländern sowie auch aus Skandinavien gibt, die hier einen Badeurlaub verbringen, überwintern oder überhaupt auswandern, weil das Klima mit seinen 14 verschiedenen Klimazonen hier das ganze Jahr lang sehr angenehm ist. Du kannst hier einen Badeurlaub am Strand, also am Meer verbringen, du kannst in den Bergen wandern oder Radfahren gehen oder du kannst die Kultur in der Stadt genießen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, ob du weißt, wohin ich schon bald fahren oder besser fliegen werde. Ich werde 3500 Kilometer unterwegs sein, circa fünf Stunden lang, ungefähr fünf Stunden lang im Flugzeug sitzen und wenn ich aussteige und mein Ziel erreicht haben werde, dann werde ich meine nicht ganz so tollen Sprachkenntnisse auspacken und in dieser romanischen Sprache versuchen, mit den Menschen zu sprechen. Wenn du weißt, was meine Wahlheimat ist, wenn meine Wahlheimat heißt, wie diese Insel heißt, die zu Europa gehört und doch auch wieder nicht, dann schreib bitte deine Antwort in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt, wer das herausfinden kann. Vergiss bitte auch nicht, dich für meinen Online-Sprechtrainingkurs anzumelden, wenn du deine Sprechfertigkeit auf die nächste Stufe heben möchtest. Ich freue mich, wenn dir das Video heute gefallen hat und wenn du meinen Kanal abonnierst, falls du das nicht schon gemacht hast. Aktiviere auch die Glocke, um keines meiner nächsten Videos zu versäumen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf YouTube, auf TikTok, auf meiner Website deutschinfotraining.com oder in meinem Online-Sprechtrainingkurs. Bis dahin wünsche ich dir eine angenehme, tolle Zeit, alles Gute und viel Erfolg für dein Deutsch lernen. Tschüss, Baba. Bis dahin wünsche ich dir eine angenehme, 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 Vielen Dank.